Also, audhu billahi min al-shaytanu rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ich beginne im Namen Allahs, dem Allmächtigen und Barmherzigen, der das gesamte Universum in allerhöchster Schönheit und Präzision erschaffen hat. Möge sein Frieden und Segen herabkommen auf das Beste seiner Schöpfung, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Und genauso auf seine reine und makellose Familie, die Ahlul Bayt, und vor allem auf unseren erwarteten Retter der Zeit, Imam al-Mahdi, ajallallahu ta'ala faraja. Möge er seine Wiederkunft beschleunigen und uns zu seinen rechtschaffenen und ergebenen Dienern machen. Wie bereits angekündigt, geht es heute um ein sehr, sehr, sehr schwieriges, geschichtliches und heikles Thema, nämlich das Ereignis am Tag von Qadir, an dem Ort namens Qadir Qom. Und bevor ich da jetzt drauf eingehe, was schon viele getan haben, ich bin ja nicht der erste deutschsprachige Sprecher, es gibt viele, viele gute Kollegen, die das meiner Meinung nach noch besser und ausführlicher machen. Ich war der Meinung, es ist trotzdem wichtig, über dieses Thema zu reden, weil man nicht genug über dieses Thema reden kann, weil es einfach zu wichtig, ein zu wichtiges Schlüsselereignis in der Geschichte des Islam und auch der Menschheit ist. Und deswegen, bevor ich anfange, möchte ich noch ein paar generelle Dinge loswerden. Und zwar, was das Thema Meinungsbildung angeht. Wir alle haben irgendeine Meinung. Ich frage irgendeinen Menschen da draußen über irgendein Thema, man hat eine Meinung darüber. Es sind die wenigsten, die sagen, ach, ich weiß nichts über ein Thema, ich habe auch keine Meinung darüber. Das sind dann wirklich meiner Meinung nach die intelligenten Leute. Aber die meisten Menschen, sei es über Politik, über Corona, sei es über irgendwelche Kriege, über Religion, hat jeder eine Meinung. Aber die wenigsten Leute können die Meinung supporten bzw. begründen, die sie haben. Meistens ist die Meinung irgendwo kopiert von den Eltern, von der Gesellschaft, von der Schule. Und diese Meinung kommt nicht aus ihrem eigenen Verstand. Und eine Meinung, liebe Leute, kann man nur bilden, wenn man zwei Seiten, mindestens zwei Seiten mal angehört hat. Mal angenommen, ich erzähle euch jetzt vom Islam. Und ihr habt noch von keiner Religion gehört. Und ihr hört nur meine Version, dann könnt ihr nicht sagen, ich bin der Meinung, der Islam ist richtig. Das kannst du nur sagen, wenn du auch noch zwei, drei, vier andere Dinge dir angeguckt hast und dann deinen Verstand zum Richter werden lässt und der dir dann sagt, der Islam oder Judentum oder sonst was ist für mich das Richtige. Das heißt, bevor wir eine Meinung haben, müssen wir mal ein paar Steps zurücktreten und sagen, hey, kenne ich mich wirklich aus? Viele von uns, die meisten von uns glauben, die Erde ist eine Kugel. Ja gut, das ist eine Meinung, aber kannst du es auch 100% belegen? Die anderen sagen, es ist eine Flache. Und leider ist es oft so, dass die Leute, die glauben, die Erde ist flach, bessere Argumente haben als die, die daran glauben, die Erde ist eine Kugel. Das heißt, wir müssen uns einfach mit der Materie, an die wir glauben, jeden Tag auseinandersetzen und versuchen, dort einfach voranzukommen und eine fundierte Meinung zu haben. Und vor allem in dieser heutigen Zeit ist das Thema Radir so ein Streitthema. Es ist fast so ein heikles Thema wie die Zeitehe. Es ist so ein schwieriges Thema und geschichtlich sehr, sehr, sehr verstrickt und man muss sehr tief in die Materie einsteigen. Und ich versuche das heute möglichst spannend zu machen und nicht zu technisch zu werden. Aber wir müssen verstehen, heute wie auch damals gibt und gab es Fake News. Warum gibt es Fake News? Fake News werden von Leuten gemacht, die sich daraus irgendwas erhoffen. Sei es einen politischen Vorteil, sei es einen Machtvorteil oder sonst was. Und der Koran spricht ja von Heuchlern der damaligen Zeit. Und ihr müsst verstehen, dass es zu jeder Zeit, Fake News gab es und gibt es immer. Propaganda gab und gibt es immer. Hitler hat auch viele Fake News verbreitet über seine Agenda und als die tollste und beste Agenda der Welt dargestellt. Das heißt, wir müssen verstehen, in der Geschichte, egal ob du jetzt die Geschichte von China anguckst oder von Rasulullah, da muss es Fake News geben, zwangsläufig. Wenn wir schon heute in der digitalisierten Zeit Fake News haben, dann erst recht vor 1300 Jahren. Und deswegen müssen wir enormst vorsichtig sein, wenn wir solche geschichtlichen Sachen unter die Lupe nehmen und versuchen, auseinanderzunehmen. Und unser Problem meiner Meinung nach ist, dass wir einfach uns zu wenig mit dem Glauben befassen und zu wenig lesen. Wie gesagt, die Meinung, die wir haben, ist meistens kopiert von irgendwelchen anderen Leuten, von unseren Eltern, aber die kommt nicht durch fundierte Recherche und Überlegung. Und dann muss man wirklich mal sein Ego in den Ketter stecken und sagen, okay, was, wenn ich doch falsch liege? Was, wenn ich das, was ich gelernt habe, falsch aufgegriffen habe? Nochmal einen Step zurück und Leute, nur so kommt man voran. Die größten Wissenschaftler und Entdecker und erfolgreichen Menschen haben immer wieder ihr Konzept hinterfragt. Die besten Architekten sind diejenigen, die ihre Entwürfe und ihre Ideen immer wieder in die Tonne schmeißen und nochmal von Null auf anfangen. Und das sollten wir auch, weil es ist zu gefährlich, falsch zu liegen und auf der anderen Seite nach dem Tod aufzuwachen und sehen, hoppla, ich lag 50 Jahre lang auf dem Holzweg. Das heißt, um es kurz zu machen, wir müssen mehr mit unserem Glauben auseinandersetzen, sowohl Sunni als auch Shia als auch Atheist. Das ist völlig Jacke wie Hose. Und deswegen möchte ich heute, wenn wir schon über das Thema Qadil reden, ausschließlich aus sunnitischen Büchern Quellen bringen. Warum? Weil Qadil ist ein Thema, was die Schiiten, was wir Schiiten feiern und propagieren und erzählen, dass das die Wahrheit ist. Das wäre zu einfach, wenn ich aus schiitischen Büchern kommen wollte und das Ereignis von Qadil erzählen möchte. Deswegen erzähle ich es aus sunnitischen Büchern, aus den Sahih-Büchern beispielsweise. Damit ein sunnitischer Bruder oder Schwester, der dieses Video sieht, sieht, okay, das ist nicht nur aus deren Büchern. Und wenn jetzt jemand kommt, ein sunnitischer Bruder oder Schwester, und mir Qadil widerlegen möchte, dann darf er nicht aus sunnitischen Büchern zitieren, sondern muss es aus meinen Büchern widerlegen. Weil jeder kann aus seinen eigenen Büchern irgendeine Story erzählen, die passt. Deswegen versuche ich heute ausschließlich dieses Thema aus den sunnitischen Quellen zu belegen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, legen wir direkt los mit dem Thema Qadil. Dieser Tag von Qadil ist mit Abstand eins der am meisten überliefertsten und belegtesten Ereignisse in der Geschichte des Islam. Warum kann man das so sagen? Weil es gibt hunderttausende Überlieferungen in verschiedensten Rechtsschulen und letzten Endes ist es so, dass sie meistens von einer, von zwei, von drei, von vier Personen überliefert wurde. Ja, weil vielleicht nur vier, fünf Leute in dem Raum waren und einer hat halt einen Stift und ein Papier dabei gehabt und hat diese Überlieferung aufgeschrieben. Und man kann sich nicht sicher sein, dass sie die letzten 1300 Jahre auch nicht gefakt wurde oder irgendwas verloren gegangen ist, auch unabsichtlich. Aber das Ereignis von Qadil hat definitiv stattgefunden, weil es von über 110 Gelehrten und Historikern der Geschichte überliefert wurde. Mit über 250 verschiedensten Überlieferungsketten. Das heißt, wenn ein Ereignis von so vielen Leuten berichtet wird, dann muss es stattgefunden haben. Also das Ereignis an sich. Was im Detail passiert ist, da kann man sich noch drüber streiten. Aber das Ereignis hat stattgefunden und das kann keiner widerlegen und leugnet auch keiner. Das heißt, es ist eins der belegtesten Ereignisse der Geschichte im Islam. Und jetzt musst du verstehen, es ist auch eins der wichtigsten Schlüsselmomente im Leben von Rasulullah. Jetzt kann man sagen, warum? Dazu komme ich nämlich gleich, weil es direkt vor Beginn des Ereignisses und direkt danach zwei Koranverse gibt, die das ganze Ereignis in Klammern fassen und enorm Priorität diesem Ereignis geben. Und dazu kommen wir in wenigen Minuten. Was ist im Endeffekt passiert? Rasulullah hat in seinem ganzen Leben nur eine Hajj vollbringen können. Und zwar seine erste und auch gleichzeitig letzte Hajj, die er vollbracht hat. Und diese Hajj, genannt auch Hajjatul Wadar, die 10 nach der Hilja stattgefunden hat. Kurz davor, beziehungsweise direkt danach, nachdem die Hajj vorbei war, sind die Menschen alle an einen Ort gekommen, von dem es dort in alle Himmelsrichtungen ging. Weil ihr müsst euch vorstellen, Mekka liegt ja wie in so einem Topf, wie in so einem Tal, kann man sagen. Und wenn die Menschen nach Hause gehen wollten, dann sind sie nicht übers Gebirge gelaufen, sondern sind an diesen Orten namens Kadir. Und von dort haben sie sich in alle Himmelsrichtungen verteilt, weil dort im Endeffekt auch eine Oase war und eine Wasserquelle war. Es war eigentlich idealer Rastplatz, um von dort sich in verschiedene Himmelsrichtungen zu verteilen. Und dort hat Rasulullah alle Menschen, die damals zu Hajj waren, und es waren über 100. Manche sagen 120.000, aber sagen wir 100.000 Leute, was schon eine gewaltige Masse ist, für damalige Zeiten. Das waren fast alle Muslime, die es überhaupt gab. Also 120.000 Leute hat er dort versammelt. Und das Besondere ist, jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Hajj ist vorbei, jeder will nach Hause. Und Rasulullah wartet dort an dem Ort, an dieser Quelle, an Radir Hum. Und er sagt den Leuten, wir warten jetzt hier, bis die, die noch in Mekka sind, hier ankommen. Und er schickt sogar Boten los, dass die Leute, die schon weiter in Richtung nach Hause gekommen sind, dass die zurückgeholt werden. Das heißt, er hatte was verdammt Wichtiges zu verkünden. Dass er sagt, wir müssen jetzt alle zusammentrommeln, wir warten auf die, die noch fehlen, und die, die schon voraus sind, sollen nochmal zurückkommen und sich hier versammeln. Und das nicht irgendwo bei gechillten Temperaturen, sondern bei der arabischen Hitze, wo deine Füße brennen, wenn du barfuß auf den Sand läufst. Am helllichten Tag wurden die Leute dann versammelt. Und jetzt warten die Leute, 120.000 Leute warten in der Bollenhitze in Saudi-Arabien, bei Mekka, und warten, was will der Prophet sagen? Was ist denn jetzt so wichtig, dass es jetzt noch unbedingt loswerden muss? Und Asunullah sagt, die Leute sollen Steine aufeinander häufen und Kamelsattel und quasi wie so einen kleinen Hügel bauen, damit der Prophet da hochgehen kann und seine Message verkünden kann. Und er ist dann darauf gegangen und die Masse war so groß, das muss man sich vorstellen, heutzutage haben wir fette Lautsprecher und so weiter, aber die Masse war so groß, dass alle 200 Meter irgendeiner wie ein menschlicher Lautsprecher stehen musste, um das, was er gehört hat von Asunullah im Hintergrund, Richtung der Leute quasi als Repeater weitergeben zu können. So eine Masse war das. Und so eine große Versammlung, wo Asunullah eine Rede gehalten hat, gab es noch nie im Islam davor. Das war die größte Rede von Asunullah überhaupt. Also allein schon vom Framing merkt man, es muss was verdammt Wichtiges gewesen sein, was er erzählen wollte. Und jetzt, kurz bevor er anfängt, ist ein Koranvers erschienen. Und das ist der Koranvers in Suratul Maida, Surat 5, Vers Nummer 67. Und da heißt es im Endeffekt folgendes. Da wird Asunullah direkt, also kurz bevor es losgeht, kurz vor der Rede, wird er angesprochen, Oh du Gesandter, verkünde, was zu dir von deinem Herrn herabgesandt wurde. So, soweit, so gut. Und wenn du es nicht tust, so hast du deine Botschaft nicht verkündigt. Und Allah wird dich vor den Menschen schützen. So. Das heißt, hier wird gesagt, Oh Rasulullah, du musst jetzt noch etwas sagen. Und wenn du das nicht sagst, dann war dein ganzer Job, kannst du nur Hasen geben. Es war völlig umsonst. Und im nächsten Atemzug sagt Allah, Keine Sorge, wir werden dich von den Menschen schützen. Das heißt, Gott spoilert hier fast schon, dass Achtung, das, was du sagen wirst, es wird einigen Leuten nicht gefallen, aber mach dir keine Sorgen, ich werde dich davor beschützen. Aber du musst es sagen. Das heißt, die erste Klammer wird gesetzt. Es wird gesagt, Hey, du musst jetzt was sagen, es ist verdammt wichtig, wenn du das nicht los wirst, dann ist deine gesamte Message von 23 Jahren völlig umsonst gewesen. Ja, die Klammer geht schon mal auf. Und das sagen nicht nur die Schiiten, dass dieser Vers kurz vorher kam, sondern eben auch sunnitische Großgeräte, wie zum Beispiel in Tafsir al-Kabir von Fahd al-Razi. Das ist das sunnitische Tafsirwerk. Und er sagt, dieser Vers wurde kurz vor der Rede von Rasulullah, von Jibreel quasi offenbart. Jetzt ist die Frage, was wurde dem bitte schon noch nicht gesagt? Rasulullah war 23 Jahre, 22,5 bis zu dem Zeitpunkt Prophet. Was hat er schon nicht gesagt? Er hat alles gesagt über, was ist Haram, was ist Halal, über Sinner, über wie man Geschäfte macht, übers Beten, übers Fasten, übers Reisen, über Dschihad, über alles Mögliche, über Heiraten, über Scheidung. Also es gab kein Gesetz, was noch nicht von Rasulullah gesagt wurde. Was ist hier noch offen? Und dass es auch noch so wichtig ist, dass Allah sagt, wenn du es nicht sagst, ist der Job umsonst gewesen. Das heißt, wir wissen noch nicht, was er gesagt hat, aber es muss so verdammt wichtig gewesen sein, weil die Aufmachung bisher etwas ist, was es bis dato noch überhaupt nicht gab. Und jetzt, was sagen denn die sunnitischen Gelehrten, was diese Bedeutung von diesem Vers ist? Nämlich heißt es, die Aya soll nämlich sagen, dieser Vers soll nämlich sagen, dass, wenn du etwas verheimlichen möchtest, war alles umsonst. Das heißt, Gott will sagen, oh Rasulullah, du hast jetzt deinen Job, ist jetzt gut gemacht, aber wenn du etwas verheimlichen solltest von den Versen, dann war dein Job umsonst. Ernsthaft? Rasulullah, der seit 23 Jahren einen perfekten Job gemacht hat, soll jetzt Allah kurz vor versammelter Runde sagen, hey, wenn du jetzt etwas verheimlichst, dann war dein Job umsonst. Und Aya soll gesagt haben, dass, wenn der Prophet die Möglichkeit hätte, eine Eie verstecken zu lassen, also quasi wegzuschmeißen, dann wäre es dieser Vers gewesen. Ayaudzubillah. Das heißt, wenn Rasulullah, das heißt, dieser Vers hat ihm so wehgetan, er hätte es nicht, am liebsten hätte er diesen Vers gar nicht bekommen von Allah. So sehr hat es ihn quasi gekränkt. Eine andere Version von Gelehrten im Sunnitentum sagen, dass, nein, dieser Vers soll bedeuten, dass Rasulullah, du hast jetzt einen guten Job gemacht, du bist jetzt erfolgreich, hör einfach nicht auf mit deiner Message. Ja gut, aber warum versammle ich dann 120.000 Leute? Eigentlich müsste das, das müsste doch als Erster dem Propheten gesagt worden sein, wo er zum Propheten wurde mit 40. Theoretisch müsste doch Allah sagen, Rasulullah, du bist jetzt Prophet und hör niemals auf, die Message zu verkünden bis zu deinem Tod. Warum jetzt am Ende? Und außerdem Rasulullah, Ashaf al-Makhlurah, die beste Schöpfung von Allah, dem muss man doch nicht sagen, hey, mach deinen Job gefälligst richtig. Nein, hier geht es um etwas ganz anderes, Leute. Hier wurde, was Großes angekündigt. Und hier wurde gesagt, wenn du diese Sache nicht erzählst, was du noch nicht so öffentlich gesagt hast, ja, dann ist dein Job umsonst gewesen. Jetzt kann man sagen, was kann es denn sein? Kann es vielleicht sein, dass Schweinefleisch haram ist? Selbst wenn Rasulullah das nicht gesagt hätte, würde es doch nicht seine gesamte Message kaputt machen. Selbst wenn aus irgendeinem Grund Rasulullah vergessen hätte, Allahusabillah, das Schweinefleisch, zu sagen, das Schweinefleisch haram wäre, würde es nicht seine gesamte Message kaputt machen und den Kern des Islams zerstören. Das heißt, hier geht es um etwas völlig Gewichtigeres. Und was sagt jetzt die sunnitische Rechtsschule, was an diesem Tag passiert ist? Nämlich, vor dieser Hajj hat Rasulullah Imam Ali nach Jemen geschickt, um dort die Menschen von Jemen einzuladen, zum Islam zu kommen. Davor, ein paar Monate vorher, hatte er Khaled ibn Walid dahin geschickt und der ist kläglich gescheitert. Der hat es nicht geschafft, die Menschen dort zum Islam zu bringen, aus irgendwelchen Gründen. Und dann hat Rasulullah Imam Ali hingeschickt und er hat dann quasi innerhalb von zwei Tagen die Menschen zum Islam gebracht, durch die Art, wie er gesprochen hat, durch die Art, wie er den Islam rübergebracht hat, haben die Menschen ihn einfach angenommen. Und das ist auch kein Wunder, wenn ihr mal Nahjul-Balara liest, wie schön Imam Ali redet. Das heißt nicht ohne Grund Nahjul-Balara, Gipfel der Eloquenz, quasi das Höchste, was man an Eloquenz bringen kann. Das heißt, die Menschen in Jemen sind dann im Endeffekt konvertiert und dann gab es, und die Steuern sollten eingesammelt werden von den Christen, die im Endeffekt nicht den Islam annehmen wollten. Und dann gab es einen Meinungsunterschied zwischen Imam Ali und Khaled. Da will ich jetzt nicht zu sein ins Detail, aber Khaled hat Imam Ali vorgeworfen, dass er zu viel genommen hätte und andersrum auch. Also auf jeden Fall eine geschichtliche Konversation und Stress, was es da ein bisschen gab. Und jetzt sagen die sunnitische Rechtsschule, nein, Rasulullah wollte an diesem Tag ankündigen, dass der Streit zu Ende ist und dass Imam Ali mein Freund und Bruder und korrekter Bruder ist. Und dass ihr ihm folgen sollt. Das war's. Er wollte nur einen Streit schlichten. Hätte er das nicht vor Mekka machen können? Erst recht vor Mekka, bevor man zur heiligen Pilgerfahrt geht, dass man dort die ganzen Sachen begräbt und mit Friede und Freude quasi die Hatsch macht. Warum erst danach und warum erst 120.000 Leute? Und außerdem, es gab schon viel schlimmere und krassere Meinungsverschiedenheiten und da wurden nicht 120.000 Muslime zusammengetrommelt, um ihnen zu sagen, hey, Imam Ali ist ein guter Freund von euch. Ja. Und das gesamte Ereignis von Radir dreht sich um diesen einen Satz, wo Rasulullah sagt, mein Kuntu Maulah für Ali und Maulah. Wessen Maulah ich bin, dem ist auch Ali sein Maulah. Und jetzt ist die Frage, was ist Maulah? Die Shia sagen, Maulah heißt Anführer, Imam, quasi Khalif, wenn du so willst. Dessen Meister ich bin, dem ist auch Ali sein Meister. Die Sunni sagen, nein, hier wird Maulah mit Freund übersetzt. Warum? Weil Maulah hat über 20 verschiedene Bedeutungen und eine davon ist Meister, ja, Fürst, die andere ist aber auch Sklave, Freund, Helfer, etc. Und ihr Shia, ihr pocht unbedingt darauf, dass hier Meister und Fürst gemeint ist, aber eigentlich will ich nur damit sagen, wessen Freund ich bin, dem ist auch Ali sein Freund. Aber, wenn man solche Worte hat, die unterschiedliche Meinungen haben, jetzt kann man sagen, woher kann man generell die wahre Meinung herausfinden und das ist einzig und allein der Kontext, in dem dieser Begriff kommt. ich mache euch ein Beispiel, es gibt ein deutsches Wort, finde ich ganz witzig, umfahren oder umfahren, ja, geschrieben wird beides gleich, aber einmal bedeutet es, jemanden umzufahren und das andere mal umfahren, drumherum. Das ist nur die Betonung, umfahren und umfahren. Wenn du jetzt den Text liest und der Fahrlehrer sagt, umfahre den Fußgänger, dann wissen wir, okay, der Fahrlehrer sagt, du sollst um den Fußgänger herumfahren, aber wenn du keine Ahnung hast, dann kannst du sagen, aha, der Fahrlehrer hat gesagt, ich soll den Fußgänger umfahren. Nein, du musst gucken, was der Kontext ist und was ist jetzt der Kontext? Rasulullah gibt uns den Kontext, nämlich, direkt bevor er diesen Satz gesagt hat, man kunde Maula, Fa'aliyun Maula, hat er nämlich direkt einen Atemzug vorher folgenden Koranvers genannt, nämlich, der Prophet, also ich lese erstmal auf Arabisch, an Nabiya Ola bil Mu'minina min anfusehim, das heißt, übersetzt heißt hier, der Prophet steht den Gläubigen näher als sie sich selbst, aber das ist eigentlich eine unkorrekte Bedeutung. In so vielen anderen Übersetzungen heißt es, über wen ich Autorität habe, beziehungsweise, der Prophet hat mehr Autorität über euch Muslime, als ihr zu euch selber. Das heißt, hier wird das Thema Autorität aufgemacht, Ula, über euch, ja, das heißt, hier wird schon das Framing vorher gesetzt und Rasulullah nennt diesen Vers vorher und er fragt die Leute sogar, Alastu Ola bil Mu'minina min anfusehim, bin, habe ich nicht mehr Anrecht über euch als ihr selber? Er sagt nicht, bin ich eher ein Freund für euch als ihr selber? Nee, er sagt, habe ich nicht mehr Autorität über euren Nacken quasi als ihr selber? Habe ich nicht mehr über euch zu bestimmen als ihr selber? Und rezitiert noch diesen Vers. Das heißt, er sagt vorher, es geht um das Thema Autorität und Führung und Khilafah. Und was sagen die Menschen? Ja, das heißt, der Prophet fragt, habe ich nicht mehr Autorität über euch Gläubige als ihr über euch selber? Und die Leute haben gesagt, ja, jawohl Rasulullah, wir schwören bei Gott, es ist so. Und dann hat im selben Atemzug Rasulullah den Arm von Ali hochgehoben und das ist jetzt in mehreren sunnitischen Büchern überliefert, in Sahitirmedi, in Sunan Ibn Majah, das ist die Überlieferung 116, in Al-Mustadrak beispielsweise, in Musnadibn von Ahmad ibn Hanbal, das heißt, und noch viele, viele weitere, er hat den Arm von ihm hochgerissen, so dass man quasi seine Achsen schon sehen konnte und dann hat er gesagt, wessen Mowler ich bin, dem ist auch Ali sein Mowler. Jetzt kann man sagen, was ist da bitte schon noch für eine Frage offen? Er redet vorher, er nennt vorher einen Koranvers, wo es um das Thema Autorität geht. Im nächsten Zug fragt er, habe ich mehr zu sagen, über euch als ihr selber und diese Leute sagen, ja, du hast mehr zu sagen, du hast mehr Autorität und dann sagt er, wessen Mowler ich bin, dem ist auch Ali sein Mowler. Also unterm Strich, wessen Anführer ich bin, dem ist auch Ali sein Anführer. Also meine Gegenfrage lautet eigentlich eher, wie kommt ihr auf die Übersetzung Freund? Wie kommen die Achlus Sunnah eigentlich auf die Übersetzung Freund? alle Indizien zeigen darauf hin, dass es hier um Autorität und Führung und Herrschaft geht und nicht um Freundschaft oder nicht. Und das für 120.000 Leute. Ja? Das heißt, einfach mal, einfach mal ein bisschen logisch nachdenken. Warum sollte er 100.000 Leute zusammenträumen, nur um nach 23 Jahren, wo es sowieso schon jeder weiß, dass Ali der Bruder von Rasulullah ist, auf einmal sagen, er ist euer Freund. Das macht einfach keinen Sinn. Und das kann mir auch keiner verkaufen, dass das die einzige Botschaft von Rasulullah gewesen sein soll. Also soviel zu dem Thema Mowler. Wie geht es denn jetzt weiter? Das heißt, erstmal hat er gesagt, er ist euer Mowler. Dann geht es weiter und da gibt es nämlich eine sehr schöne Überlieferung in Sahih Muslim, wo einer zu einem Gefährten kommt namens Said ibn Arram. Und dieser Said war an diesem Ereignis damals dabei. Das ist viele, viele Jahre später. Und die fragen ihn, oh Said, erzähl uns doch mal von Rasulullah, was du so gelernt hast. Erzähl uns irgendwas über ihn. Und dieser Said sagt, eines Tages stand, haben wir uns getroffen vor Mekka, an diesem Ort namens Kadir Hum. Und Rasulullah hat sich hingestellt und wollte eine Rede halten. Und er hat angefangen, Allah zu lobpreisen und hat dann in seiner Rede angefangen zu sagen, oh Leute, ich bin ein Mensch und ich bin kurz davor, den Todesengel zu erwarten. Und diese Stelle ist von allen Sunniten auch überliefert. Also wenn ihr den Film gesehen habt, der Gesandte Gott, das ist der alte Film, da sagt er auch ganz am Ende, ich bin kurz davor, den Tod zu erwarten. Das heißt, das ist kein Geheimnis, dass er das gesagt hat. Und ich möchte mich jetzt quasi hier von euch verabschieden, aber ich hinterlasse euch zwei gewichtige Dinge. Eins davon ist das Buch von Allah. Und da ist wahrlich Recht, Leitung und Licht für diejenigen, die daran festhalten. Und zweitens sind es die Ahlulbayt, also quasi die Angehörigen meiner Familie. So, und jetzt, also er sagt hier, im Arabischen steht, Kitab Allah Das heißt, ich hinterlasse euch das Buch von Allah und die Ahlulbayt im 1 zu 1 im Wortlaut. Jetzt kann man sagen, ja, aber die Ahlulbayt, wer sind denn diese Ahlulbayt? Und jetzt geht die Überlieferung noch weiter. Insahi Muslim. Und derjenige fragt dann, ja, aber sind die Frauen von Rasulullah etwa nicht seine Ahlulbayt? Und er sagt, Achtung, er sagt, also Sayyid ibn Aram, die Frauen gehören zu seiner Familie, aber hier in diesem Fall, also bezogen auf diese Überlieferung, sind die Familienmitglieden, wieder diejenigen, denen das Sakkot geben verboten ist. Und er fragt, ja, wer sind denn diese Leute? Und dann sagt Sayyid, das sind die Leute, Ali und die Kinder von Ali. Das heißt, er sagt hier ganz klar, diejenigen, denen du kein Sakkot geben kannst, weil einem Sayyid, den Kindern von Rasulullah und von Imam Ali, kannst du kein Sakkot geben, du kannst ihnen keine Spende geben. Und er sagt, die Kinder von Ali, nicht seine Frauen. In einer anderen Überlieferung, wo es um das Gleiche geht, er wird da auch wieder gefragt, sagt er wieder, ich habe euch zwei Dinge hinterlassen, eins ist der Koran, das Buch von Allah und meine Ahlulbayt. Und wer von ihnen die loslässt, der wird in die Irre leiten. Ja? Und dann wird er auch wieder gefragt, ja, wer sind denn, sind die Frauen von Rasulullah etwa nicht die Ahlulbayt? Und er sagt, nein, bei Allah, also er schwört hier bei Allah, bei Allah, eine Frau, sie sind es nicht, eine Frau ist vielleicht für eine gewisse Zeit nur deine Frau, aber irgendwann, sagt er, irgendwann kann sie sich scheiden und geht wieder zurück zu ihren Familien oder zu ihrem Stamm. Und das ist auch so. Und er geht weiter und er sagt, die Angehörigen der Ahlulbayt sind er selber, also das Rasulullah selber und seine Blutsverwandtschaft, denen du keine Sakkot geben kannst. Das heißt, wer? Fatima, Ali, Hassan, Hussein und so weiter bis nach unten. Das ist seine Blutlinie und das ist die Ahlulbayt, das ist die Definition von Ahlulbayt. Das heißt, hier haben wir einmal in Sahih Muslim zwei Beispiele direkt hintereinander, die ganz klar sagen, Rasulullah hat gesagt, ich hinterlasse euch den Koran und die Ahlulbayt und es wird sogar definiert, wer die Ahlulbayt genau ist, nämlich Ali und die Kinder von Ali und Fatima. So und jetzt hört man aber auf allen Freitagsgebeten, die meisten Sunnis sagen, nee, er hat gesagt, Koran und Sunnah, ich hinterlasse euch den Koran und Sunnah, aber wo zum Henker, in welchem dieser Bücher steht Koran und Sunnah? In allem dieser Bücher steht Koran und Ahlulbayt. Und das ist für mich so wieder dieses typische Meinung haben, aber selber noch gar nicht gelesen haben. Du hast im Endeffekt eine Meinung kopiert von irgendeinem Gelehrten, von irgendeinem Sprecher, irgendeinem YouTuber, aber hast es selber nicht mal ein einziges Mal gelesen. Aber du glaubst felsenfest daran und bist bereit dafür, durch Himmel und Hölle zu gehen. Deswegen ist es so wichtig, Leute, dass wenn wir eine Meinung haben, es mit eigenen Augen selber bestätigen müssen. Geht da vor wie ein Journalist, geht vor wie ein Richter. Mal angenommen, ihr seid ein Richter und ihr habt einen Mordfall vor euch und jetzt kommt der Angeklagte und bringt euch 30.000 Ausreden, warum er es nicht war. Hey, glaubt dem doch nicht direkt, auch wenn es euer Bruder ist, wenn es euer Freund ist. Geht einen Step zurück, guckt euch die Beweise an und dann werdet ihr sehen, hoppla, er war definitiv der Mörder, weil seine DNA proben, etc. zum Beispiel. Und genauso müssen wir auch bei diesen Überlieferungen rangehen und es gibt dann keine Stelle, wo es heißt Koran und Sunnah. Es heißt immer Koran und Ahlbeit. Es gibt ein Buch, die Mutawata von Imam Malik, wo drin steht Koran und Sunnah, aber diese Überlieferung hat nicht mal eine Kette, das heißt also eine Überlieferungskette, man weiß nicht, von wem hat das aufgegabelt und er hat mehrere hundert Jahre nach dem Ereignis stattgefunden. Das heißt, es ist wie, als würde ich heute Sina-Ema dem Jahr 2021 kommen und sagen, nein, Rasulullah hat gesagt dies und jenes und es einfach behaupten, ohne es von jemandem überliefern zu können. Hier handelt sich das um so einen Fall. Und selbst, wenn die Überlieferungskette authentisch ist, wenn ich auf der anderen Seite Dutzende Überlieferungen habe, die sagen Koran und Ahlbeit und jetzt kommt einer daher und sagt Koran und Sunnah, dann muss ich einfach das überwiegen, was am häufigsten und authentischer überliefert wurde. In dem Fall Koran und Ahlbeit. Was soll man da noch sagen, liebe Leute? Jetzt ist es aber auch so, dieses Ereignis, er hat doch nicht 120.000 Leute zusammengesammelt, nur um diese zwei Sätze loszuwerden. Die Rede von Rasulullah ging über drei Stunden. Fünf Stunden haben sich die Menschen dort versammelt gehabt, circa, und drei Stunden lang alleine hat die Rede gedauert. Was hat er denn bitte schon so lange gesagt? Natürlich findet man die komplette Rede jetzt nicht mehr in sunnitischen Büchern, sondern nur ausschnittweise. Und deswegen, Disclaimer, ich gehe jetzt wieder zurück zu schiitischen Überlieferungen, wo die Rede nämlich komplett erhalten ist. Und da sagt Rasulullah, der spricht ja über sehr, sehr viele Dinge. Er spricht da über jeden einzelnen Imame, die kommen werden, über die zwölf Imame, über Imam Mahdi, etc. Aber er sagt hier auch wieder, Rasulullah sagt jetzt hier eins zu eins, wie gesagt, laut schiitischen Text, er, Allah, offenbarte mir, O Prophet, verkünde, was dir von deinem Herrn hinabgesandt wurde. Falls du dies nicht tust, hast du deine göttliche Mission nicht erfüllt. Gott aber wird dich gegen die Leute schützen. Das ist dieser Vers, den wir vorhin hatten. Und dann sagt er weiter, Leute, das, was Gott mir hinabsandte, habe ich getreulich verkündet und werde euch nun sagen, was der Grund dieses Verses ist. Gabriel kam dreimal zu mir hernieder und richtete mir von Gott, meinem Herrn aus, dass ich euch hier an diesem Ort mitzuteilen habe, dass Ali ebne Abu Talib, mein Bruder, mein Treuhänder, nach mir, wenn ich dahin gegangen bin, meiner Gemeinde, mein Nachfolger und Imam ist. Er ist für mich das, was Aaron für Moses war. Nur, dass nach mir kein Prophet mehr kommen wird. Und das ist übrigens auch eine Überlieferung, die wurde schon x-Male auch in sunnitischen Büchern überliefert, was ich am Ende noch zeigen werde. Nach Gott und seinem Gesandten ist er euer Walid. Was ist jetzt Walid? Freund? Ist Gott unser Freund? Ist Rasulullah unser Freund? Ja. Aber er sagt hier, er ist mein Nachfolger. Und nach Gott und seinem Gesandten, also mir, ist er euer Walid. Gott sandte mir hierzu einen Vers aus seinem Buch hinab. Und jetzt interpretiert er selber während seiner Rede nochmal das Wort Walid. Nämlich, Koranvers, Sura 5, Vers 55. Walid sind euch Gott, sein Gesandter, und jene, die glauben, das Gebet verrichten und während der Ruku spenden. Und es ist kein Geheimnis, dass Imam Ali der Einzige war, der während der Ruku seinen Ring abgegeben hat an einen Bettler, der vorbeigekommen ist. Das heißt, hier wird ganz klar gesagt, Rasulullah sagt, Allah ist euer Walid, ich bin euer Walid und nach mir ist Ali euer Walid. Und was bedeutet Walid? Walid bedeutet diejenigen, die glauben und dem Gebet die Ruku spenden und keiner hat das vorher gemacht. Das ist ein Ereignis, was ausschließlich auf Ali zu zutreffen ist. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, also wirklich mal ernsthaft, Rasulullah ist der letzte Prophet von 124.000 Propheten. Er bringt das Update der Updates von allen Religionen. Seine Religion wird bis zum Tag der Auferstehung das Nonplusultra sein. Und jetzt soll er keine Stellvertreter einsetzen. Musa, Prophet Musa, war nur 40 Tage auf dem Berg Sinai und hat für diese 40 Tage seinen Bruder als Stellvertreter unten engagiert, damit der aufpasst und die Leute recht leiten kann. Und es waren nur 40 Tage und er war nicht der letzte Prophet. Er war einer der ersten Propheten. Und jetzt soll Rasulullah ernsthaft nach 23 Jahren Kampf den Arabern, diesen dummen Arabern damals, den Islam gebracht haben, soll er jetzt einfach auf sich selber überlassen? Ernsthaft? Ja? Rasulullah hat immer, wenn er auf eine Expedition gegangen ist oder wenn er die Stadt verlassen hat, hat er immer Imam Ali als Stellvertreter eingesetzt oder irgendwelche anderen Leute, die gerade da waren, aber meistens war es Imam Ali. Und jetzt soll er die gesamte Nation sich selber überlassen, damit sie wählen? Ernsthaft? Also das müssen wir mal ernst sagen. Ich meine, jeder König, jeder Beamte, jeder Firmenchef, jeder Geschäftsführer, der die Firma verlässt, muss sich darum kümmern, einen Nachfolger zu finden. Jeder Mieter, der seine Wohnung verlässt, muss sofort einen Nachmieter daher. Und jetzt soll die Rechtleitung für die Menschheit, Rasulullah nach 23 Jahren sagen, okay, ciao, das war's, macht jetzt euer Ding. Wobei jeder der 124.000 Propheten, alle hatten einen Stellvertreter. Sei es Yusuf, sei es Jesus, sei es Musa und da tut ja sogar Rasulullah das Beispiel von Musa nennen. Du Ali bist für mich wie Harun für Musa. Nur, dass nach mir kein Prophet kommt. Harun war Prophet, ja, aber Ali, du bist kein Prophet mehr. Aber du hast denselben Job, du bist mein Stellvertreter und nicht Freund. Ja, das müssen wir wirklich, das müssen wir wirklich begreifen, was hier eigentlich schiefgelaufen ist in der Geschichte. Und letzten Endes, viele werfen vor, ja, ihr Schia wollt nur sagen, dass Imam Ali, nur weil er sein Verwandter ist, zum Khalifen ernannt wurde. Hey, Rasulullah, was sagt Allah im Koran? Ich ernenne auf dieser Erde einen Khalifen. Bezogen auf Adam damals, ja, aber nicht, er nennt euch selber einen Khalifen. Das heißt, der Koran gibt uns schon mal hier einen Hinweis. Ich ernenne die Khalifen. Ich ernenne die Propheten und ich ernenne auch die Stellvertreter. Moses hat nicht Aaron ausgewählt. Das war nicht seine Entscheidung. Das war die Entscheidung von Allah. Du sollst Harun als dein Stellvertreter unten schicken und nicht irgendwen anderen. Und warum soll es beim wichtigsten, mächtigsten, größten und letzten Propheten nicht der Fall sein? Diese Frage soll mir bitte jemanden beantworten, so dass es logisch Sinn macht. Weil für mich macht es überhaupt keinen Sinn. Aber letzten Endes erzählt auch Rasulullah viel über die anderen zwölf Imame. Also wie gesagt, den gesamten Vortrag gibt es, halt nicht in sunnitischen Quellen, aber in schiitischen. Und jetzt, was passiert jetzt? Jetzt wird die Klammer wieder geschlossen. Das heißt, am Anfang hat der Koran gesagt, oder sunnitischen Überlieferungen, kurz vorher ist dieser Vers erschienen, du musst jetzt noch eine Sache loswerden, ansonsten ist dein Job für die Katze. Jetzt hat er das gemacht, er hat gesagt, man konnte Maula für Allian Maula, er hat gesagt, wer quasi, du bist für mich wie Harun zu Musa, ja, all das hat er erzählt. Und jetzt, nachdem er fertig ist, sagen wieder, zum Beispiel in Doral Mansur, eines der bekannten sunnitischen Werke, oder auch in Tarikh al-Baghdadi, die sagen, dass direkt nach im Anschluss ein neuer Vers gekommen ist, und das ist nämlich der Vers 5 Eier Nummer 3. Und das ist jetzt ein sehr, sehr, sehr spannender Vers, nämlich, man denkt auf den ersten Blick, was hat der eigentlich mit dem Thema zu tun? Es wird hier nämlich erstmal von Fleisch geredet, welche Fleischsorten erlaubt sind, welche nicht, und dann kommt auf einmal ein Satz. Und ich lese euch jetzt mal die gesamte Eier durch und achtet mal nur auf den Wortlaut, ne, und, und schaut euch mal, wo auf einmal dieser Sprung drin kommt, der auf den ersten Blick gar keinen Sinn macht. Verboten ist euch das Verendete, so wie Blut und Schweinefleisch und das, worüber ein anderer als Allahs Name ausgerufen wurde. Das Erdrosselte, das zu Tode geschlagene, das zu Tode gestürzte Tier oder Gestoßene und das, was von Raubtiere angefressen haben. Außer dem, was ihr geschlachtet habt, ferner das, was auf einem heidnischen Opferstein geschlachtet worden ist. All das ist euch quasi haram. Und ferner ist euch verboten, dass ihr durch Lospfeile das Schicksal zu erkunden sucht. Also quasi Glücksspiel. Das ist, das ist eine Freveltat. Und jetzt kommt's. Aus dem Nichts. Ne, warte, hier noch nicht. Heute haben wir die Ungläubigen vor eurem Glauben resigniert, also fürchtet sie nicht, sondern mich. Und jetzt aus dem Nichts. Heute habe ich eure Religion vervollkommnet und meine Gnade an euch vollendet und euch den Islam zum Glauben erwähnt. Erwählt. Der nächste Satz aber. Wer aber durch Hungersnot gezwungen wird, eine sündhafte Neigung, ohne sündhafte Neigung, so ist Allah allverzeihend und barmherzig. So. Jetzt kann man sagen, was ist das für ein komischer Vers? Erst wird gesagt, Ah, es ist verboten, Schweinefleisch ist verboten, dadadadada. Es sei denn, ihr seid in Not. Also es wird erstmal ewig lang geredet, dann wird gesagt, es ist euch verboten, quasi Lose zu ziehen, also so Glücksschicksalslose. Und dann heißt es, heute habe ich die Religion vervollkommnet. Und im Anschluss heißt es dann wieder, ja, es sei denn, ihr seid in Not, dann dürft ihr zum Beispiel Schweinefleisch essen. Es gibt viele Koranverse, wo die Bedeutung mitten im Text sich ändert. Das sind solche Codes im Koran, genau wie der Code Alif, La, Mim oder Yasin. Kein Mensch kann mit Sicherheit sagen, was diese Codes bedeuten. Und das ist hier genau wieder so ein Fall, wo mitten im Vers eine Message verpackt ist. Jetzt kann man sagen, woher sollen wir wissen, was das bedeutet? Und dazu haben wir wieder die Überlieferungen. Und eben, Dural Mansur und in Tarikh al-Baghdadi und noch 12, 13 andere Werke wird gesagt, dass dieser Vers eben nichts mit Fleisch zu tun hat, sondern sich auf das Ereignis von Qadir bezieht. Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, am Anfang wird die Klammer geöffnet, du musst jetzt was sagen, ansonsten ist dein Job unnötig gewesen. Dann hält er die Rede und direkt im Anschluss heißt es dann, so, jetzt ist dein Job erledigt, heute haben wir die Religion vollständig gemacht und den Islam für euch als Religion auserwählt. Kann es da um Fleisch gehen? Ja? Heißt es, wenn Rasulullah irgendwas über das Fleisch nicht gesagt hat, dann wäre es komplett gewesen. Nein, hier geht es nicht um Fleisch. Hier geht es nicht um Schweinefleisch oder sonst was. Hier geht es um was völlig anderes. Und in sunnitischen Büchern wie Dural Mansur oder Tarikh al-Baghdadi wird gesagt, dieser Vers bezog sich auf Adil und die Message, die dort verpackt war. Jetzt ist die Frage, geht es hier um die Freundschaft zu Ali? Ja? Sammelt er ernsthaft 120.000 Leute, um zu sagen, hey, der Streit zwischen Ali und Khalid ist jetzt geschlichtet und er ist euer Freund. Und hätte er das nicht gemacht, wäre der Islam komplett sein Job unnötig gewesen? Und selbst wenn es so wäre, Leute, Achtung, selbst wenn es so wäre und Rasulullah gesagt hätte, Ali ist euer Freund. Wer gegen Ali ist, ist gegen mich und wer für Ali ist, ist für mich. Ja? Selbst wenn es nur so wäre, in Anführungsstrichen, warum wurde dann Imam Ali's Familie so verfolgt? Warum hat Muawir gegen Imam Ali in der Schlacht von Sifrin gekämpft? Warum hat Ayeshe gegen Imam Ali gekämpft und für 40.000 Tote gesorgt in der Schlacht von Jamal? Diese Schlacht ist ja kein Geheimnis. Das heißt, allein um die, mal angenommen, er hätte gesagt, Ali ist euer Freund und alles schön und gut, Friede, Freude, Eierkuchen, dann dürfte niemals irgendein Gefährte ihm auch nur ansatzweise Leid zufügen. Aber die Familie wurde reihenweise getötet. Angefangen von Imam Ali bis Fatima bis Hassan bis Hussein und bis zum letzten Imam. Was hätte Rasulullah, mal angenommen, Rasulullah hätte gesagt, seid gegen meine Familie, dann hätten die Leute nicht viel schlimmer sein können. Das, was der Ahl al-Bait angetan wurde, ist wie, als hätte Rasulullah gesagt, vernichte diese Familie. Aber er hat gesagt, liebt diese Familie. Ich hinterlasse euch Koran und Ahl al-Bait, die Kinder von Ali. Tja, was ist draus geworden? Ich würde mal sagen, Fake News. Und jetzt noch witziger, das ganze Ereignis ist vorbei, der Koranvers ist gekommen und jetzt kommt Abu Bakr und das ist in Tafsir al-Kabil von Fahru Razi überliefert und in Musnad im Hanbal. Diese zwei sehr, sehr großen Werke, wo Abu Bakr zu Imam Ali kommt und sagt, Bachen, Bachen, ja Ali, also quasi bravo, gratuliere, oh Ali. Heute bist du zum Moula für alle gläubigen Männer und Frauen ernannt worden. So, jetzt denke ich mir ernsthaft. Das ist keine schiitische Überlieferung. Im Musnad im Hanbal ist es drin. Er kommt und sagt, Bachen, Bachen, ja Ali, gratuliere, du bist jetzt heute zum Moula für alle gläubigen Männer und Frauen ernannt worden. Heißt das hier Freund? Will jetzt ernsthaft sagen, gratuliere, du bist jetzt der Freund der Gläubigen? Hey, das war doch schon von Tag 1 so. Von Tag 1 wussten die Menschen, Ali und Rasulullah sind unzertrennbar. Und dazu noch gratulieren? Gratuliere jemanden, wenn er sagt, hey, du bist mein Freund? Hier geht es um etwas völlig anderes. Du gratulierst jemanden, wenn er zum Beispiel in ein Amt gesetzt wird oder wenn er etwas bekommt oder wenn er das erreicht. Und hier geht es um die Nachfolgeschaft. Hier geht es um die Stellvertretung von Rasulullah auf diesem Planeten. Und das müssen wir verstehen. Seit Adam bis Rasulullah war die Erde niemals ohne irgendeinen Propheten. Sie war immer bevölkert von einem Propheten oder einem Gesandten. Und jetzt soll die Welt auf einmal sich selber überlassen werden? Bis irgendwann an ihm eine Macht gekommt? Das heißt, die Welt muss einen Stellvertreter, der von Gott auserwählt ist, auf der Erde haben. Deswegen gratuliert ihm auch, der Erste, der gratuliert hat, war Abu Bakr. Witzig, dass ausgerechnet der dann der erste Kalif war. Das ist wieder eine andere Story. Ich hoffe, ihr kommt noch mit. Ich weiß, es ist ein ziemlich trockenes Thema, aber ich finde es auch ein sehr spannendes Thema, weil hier geht es um die wichtigsten Momente im Islam. Und da muss man halt wirklich in die Materie halt einfach gehen. Verschwörungen gibt es nicht nur heute, sondern gab es auch damals. Fake News, Verdrehung der Geschichte, falsche Tatsachen gab es damals wie heute. Damals erst recht noch. Deswegen müssen wir zehnmal vorsichtig sein, wenn wir solche alten Texte lesen und nicht schnell eine Meinung übernehmen. Lieber nochmal einen Step zurück und sagen, macht irgendwo keinen Sinn. Jetzt ist die Frage, okay, ihr wollt sagen, Rasulullah hat Imam Ali zu seinem Stellvertreter erklärt, aber warum erst so spät? Nein, er hat es schon von aller, allerersten Tag gesagt, dass er mein Nachfolger sein wird. Und fangen wir mal an, wieder aus sunnitischen Werken Hinweise und Belege, die zeigen, Rasulullah hat schon vom Tag 1 gesagt, Ali ist mein Stellvertreter. Nämlich, in den Anfängen des Islam hat Rasulullah die Stammeshäupte bei sich versammelt und denen den Islam gesagt. Er hat gesagt, ich bin ein Prophet, er hat den Islam verkündet und er hat gesagt, das steht jetzt in Tadeh HaTabadi, wo er sagt, wer mir in dieser Angelegenheit folgt, also dem Islam, und mir darin bei ihrer Ausführung hilft, wird mein Bruder, mein Testamentvollstrecker, mein Helfer, mein Erbe und mein Stellvertreter, also Khalifa nach mir. Er wähnt hier sogar Khalifa nach mir. Das heißt, wer jetzt von euch Oberhäuptern an meiner Seite ist, wird mein Khalif und Stellvertreter nach mir. Keiner hat sich gemeldet, außer Ali. Und der war damals 13, 14 Jahre alt. Er hat sich gemeldet und Rasulullah hat gesagt, jetzt setz dich. Hat wieder die Frage gestellt, wer hilft mir auf diesem Weg? Keiner hat sich gemeldet, außer Ali. Setz dich. Ein drittes Mal wieder. Und dann hat Rasulullah gesagt, wahrlich, dies, also Ali, dies ist mein Bruder und Vertraute und mein Nachfolger unter euch nach mir. Das war im dritten Jahr, nachdem Rasulullah zum Propheten ernannt wurde. In Tirmizi, sage ich Tirmizi, ich bin die Stadt des Wissens und Ali ist ihr Tor. Anar Madinatul Ilm wo Ali und Babuha. Das heißt, ich bin die Stadt des Wissens und Ali ist das Tor dazu. Das heißt, wenn du zu mir finden willst, musst du durch Ali durch. Nicht durch jemand anderen. In Musnad ibn Hanbal Ali ist der Gebieter jedes Gläubigen nach mir. In Musnadrak Al-Hakim Wer Ali beleidigt, beleidigt mich. Und wer mich beleidigt, beleidigt Allah. Und wer Allah beleidigt, den wird Allah am Tag der Auferstehung mit dem Gesicht ins Höllenfeuer werfen. Das ist schon die Tische Überlieferung. In Sahih Bukhari O Ali, du bist für mich das, was Harun für Moses war, außer dass es nach mir keinen Propheten geben wird. In Sunnad ibn Majah Ali ist von mir und ich bin von Ali. Und niemand erfüllt meine Pflichten außer mir und Ali. Das heißt, keiner macht meinen Job außer ich selber und Ali. Warum wird hier nicht Abu Bakr genannt? Was wäre passiert, wenn es so eine Überlieferung über Abu Bakr gegeben hätte? Oder über irgendeinen anderen Menschen? Dann würden sie diesen Menschen zu einem Gott erklären. Aber es gibt so viele Überlieferungen über Imam Ali, wo er an dutzenden Stellen immer und immer wieder sagt, er ist mein Nachfolger, er ist mein Stellvertreter, er ist meine Seele, er ist mein zweites Ich quasi. Und dann sollen die Menschen gewählt haben, einen Khalif? Das macht überhaupt keinen Sinn. In der Schlacht von Khaybar beispielsweise hat Rasulullah gesagt zu Abu Bakr oder Oma, wenn ich mich nicht irre, geh hin und erobere diese Festung. Und er ist hingegangen, ist aber kläglich gescheitert und Imam Ali ist hingegangen und auf dem Weg, wo Imam Ali zu Khaybar ist, dieser Festung, hat er gesagt, wahrlich derjenige, der gerade geht, wird mein Stellvertreter und Nachfolger werden. Und das ist viele, viele Jahre vor Qadir gewesen. Das heißt, warum hat Rasulullah dieses Ereignis gemacht? Er hat es an vielen, vielen, vielen Stellen in seiner Geschichte, in seinem Leben erzählt, Ali, Ali, Ali ist mein Nachfolger, aber Gott sagt, jetzt musst du es öffentlich machen. Es haben immer zehn Leute hier, drei Leute da, fünf Leute hier mitbekommen, aber jetzt musst du es an dem Moment, wo alle versammelt sind, in deinem letzten Lebensjahr, musst du als allerletztes ankündigen, wer dein Nachfolger wird. Macht das nicht viel mehr Sinn, wenn der letzte Prophet von dieser Welt geht, kurz vorher, sechs, sieben Monate vorher, versammelt er alle Muslime, der Koran sagt, hey, du musst diesen Job noch machen, es geht um eine wichtige Message, wenn du das nicht machst, ist dein Job umsonst gewesen und jetzt soll er sagen, Ali ist euer Freund, ist das die Message ernsthaft? Also einfach mal ein bisschen nachdenken und auch vor allem hinterfragen und um es zusammenzufassen, wer ist Ali, wirklich, wer ist Ali? Ohne Imam Ali gäbe es den Islam nicht. Allein in der Schlacht von Khandak, in der Grabenschlacht, wo Imam Ali alleine als junger Mann gegen Amr ibn Wad gekämpft hat, wo die ganzen Muslime in Angst und Schrecken versetzt waren, Imam Ali hat ihn getötet. Ohne das wäre Islam vernichtet worden. Oder in der Nacht der Hijdah, wo Imam Ali im Bett von Rasulullah geschlafen hat und Rasulullah somit nicht erstochen wurde. Sonst gäbe es den Islam nicht. Oder in der Schlacht von Uhud, wo alle Menschen wie Ziegen weggerannt sind vor der Schlacht, weil sie sich nicht an Rasulullahs Gesetze und Regeln gehalten haben. Sind sie alle weggerannt? Sie wurden überrascht von hinten? Wer war an seiner Seite? Unter anderem Imam Ali. Ohne Imam Ali wäre Rasulullah in dieser Schlacht getötet worden. Wo waren die anderen? Wo war der Erste und Zweite und Dritte und Vierte und sonst wer? Wo waren die alle? Wo war Moabia? Keine Spur von diesen Leuten. Und jetzt versteht man langsam dieses Puzzle, wie es sich zusammensetzt. Und deswegen müssen wir uns immer und immer wieder mit der Geschichte auseinandersetzen. Und deswegen wird auch dieses Thema nie aufgemacht in sunnitischen Vorträgen. Es wird nie so detailliert aufgemacht und so ins Detail hineingegangen, weil sie wissen, dann stinkt die Sache von vorne bis hinten. Weil wenn Rasulullah gesagt hat, Ali ist mein Freund und so weiter, warum hat Ayel schon ein paar Jahre später gegen ihn gekämpft und für 40.000, 50.000 tote Muslime gesorgt? Warum? Imam Ali kann ja nicht der Fehler gewesen sein. Also Schuld kann unmöglich Imam Ali sein. Weil Rasulullah hat an 30.000 Stellen vor Qadir, an Qadir gesagt, Ali, 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 Ali. Ist mein Freund, aber gut. Wer gegen Ali ist, ist gegen mich. Das heißt, Ali kann unmöglich Schuld gewesen sein an der Schlacht, an all dem Mist, was später in der Geschichte passiert ist. Wenn Muawiyah gegen Imam Ali kämpft, wie kann ich das noch sagen? Muawiyah radiyallahu anhu. Wie kann ich das noch sagen? Wenn Muawiyah in der Schlacht von Safin gegen Imam Ali kämpft und so viel Blut vergießen sorgt, wie kann ich noch sagen, Muawiyah radiyallahu anhu? Nur weil er ein Sahaba war? Nur weil er zur Zeit des Propheten gelebt hat? Wo hat Rasulullah über Muawiyah solche Sachen gesagt, wie er über Ali gesagt hat? Das heißt, allein wenn ich es in die Waagschale lege, kann ich sagen, Ali war in der Schlacht von Safin definitiv im Recht und Muawiyah war definitiv auf der falschen Seite. Dann hat sich das Rasulullah anhu komplett erledigt. Und dann sind auch so mit all den Überlieferungen, die Muawiyah in den Himmel heben, können nur Fake News sein. Anders kann man es nicht erklären. Das heißt, lasst uns die Geschichte unter die Lupe nehmen und bedenkt eins, Leute, die Geschichte wird immer von den Unterdrückern geschrieben, nie von den Unterdrückten. Die Geschichte werden immer von Hitlers und Stalins und Kim Jong-Uns und Unterdrückern und Muawiyahs ihre Zeit geschrieben. Weil sie haben die Ressourcen, sie haben die Kohle, sie haben die Knete und haben die Möglichkeit, die Geschichte so aussehen zu lassen, dass es für sie passt. Und meistens braucht es Hunderte, manchmal Tausende von Jahren, damit rauskommen, was für Schweinehunde diese Leute waren. Ja? Also allein, wenn ich mal betrachte, okay, wir Shia, wir folgen der Ahl al-Bait und die Mehrheit der Muslime folgen den Khalifen. Also allein da wäre ich schon enormst vorsichtig, allein von dem Rang, die sie hatten. Wir folgen Leute, die immer unterdrückt wurden, verfolgt wurden, getötet wurden und die Mehrheit folgt den Machthabern der damaligen Zeit. Also allein das wäre für mich ein Grund, aufzupassen. Wenn es andersrum wäre, wenn jetzt die Ahl al-Bait alle Khalifen gewesen wären, alle zwölf Khalifen, jede nach dem anderen, jede hätte über das Imperium geherrscht und die anderen wären unterdrückt worden, dann wäre ich enormst vorsichtig. Aber es ist genau andersrum. Das heißt, einfach mal aus der Geschichte ein bisschen lernen und das, womit ihr aufgewachsen seid, hinterfragen, durchlöchern. Und ich weiß, es ist schwierig, es braucht verdammt viel Arbeit. Es braucht verdammt viel Arbeit, in diesen Unterlagen zu gehen, diese Überlieferungen aufzuwühlen und zu recherchieren. Aber glaubt mir, irgendwann setzt sich das Puzzle zusammen und es ist es wert. Weil glaubt mir, ihr wollt nicht am Tag der Auferstehung stehen und so, hoppla, ich lag ja falsch. 50 Jahre lang bin ich den falschen Menschen hinterhergerannt. Und dann wird nicht gesagt, ach, halb so wild. Nein, du hattest die Möglichkeiten, du hättest einfach nur ins Internet gehen müssen, da gab es genug Seiten und Videos und sonst was. Und bedenkt auch, Leute, wenn ich jetzt hier einen Vortrag als Schia halte und über Sunniten rede, was sie angeblich sagen, glaubt mir nicht. Glaubt mir nicht. Genauso wie in sunnitischen Vorträgen angeblich gesagt wird, was Schiiten sagen. Ja, in sunnitischen Vorträgen heißt es oft, die Schiiten beten einen Stein an. Ja gut, wenn es so wäre, warum sagt es kein Schia, dass wir Steine anbeten? Ja, wenn ich jetzt sage, die Sunniten sagen X, Y und Z, gut, das hast du jetzt aus meinem Mund gehört, vielleicht habe ich irgendwas nicht geblickt, hört dir mal einen Vortrag von einem Sunniten an, wie er dieselben Argumente entkräftet. Das heißt, immer beide Seiten betrachten, Leute. Und Schäton sagt natürlich, haja, ich habe jetzt einen Vortrag eingeguckt von Mufti, schieß mich tot. Und er sagt, die Schia sagen das und das und das. Hey, wie kann ein Gegner die Argumente objektiv rüberbringen? Ich kann euch sagen, es ist enorm schwierig als Schia, die Argumente des Sunnis objektiv rüberzubringen. Aber ich versuche es. Aber glaubt mir trotzdem nicht. Guckt euch diese Überlieferung selber an. Die Quellen gibt es. Schaut euch Vorträge an von sunnitischen Gelehrten, wie sie über Gadil reden, was ihre Argumente sind. Und dann schaltet euer Hirn ein. Guckt nicht drauf, wer kann besser reden, wer sieht besser aus. Ja, sondern guckt einfach, was sagt der Verstand, welche Argumente überwiegen und dann ist die Wahrheit kristallklar. Und es besteht 0,0 Zweifel, wo die Wahrheit liegen muss zwangsläufig. Und in Scholler hilft uns Allah dabei, diesen verdammt schwierigen Weg zu gehen, aber uns bleibt keine andere Wahl. Wir haben keine andere Möglichkeit, Leute. Wir müssen es machen. Wir müssen es machen. Vor allem in dieser Zeit, wo der Islam immer mehr und mehr in den Hintergrund geht, wo wir immer mehr und mehr abgelenkt sind von den Problemen usw., müssen wir uns damit befassen. Und das Ereignis von Radir ist mit Abstand das wichtigste Ereignis, was sich im Leben von Rasulullah, die wichtigste Message, die er rübergebracht hat. Und es kann dabei nicht sein, dass er nur sagen wollte, Ali ist mein Freund. Weil das hat er schon zu oft gesagt und jeder wusste es. Es ist eigentlich kein Geheimnis mehr. Aber manche Menschen, genau wie Allah hier im Koran sagt, bringt die Message und ich werde dich vor den Leuten schützen. Warum? Warum sollte Allah die Menschen, warum sollte Allah Rasulullah schützen vor den Menschen, wenn er sagt, Ali ist mein Freund? Das ist doch eine neutrale Message. Da gibt es doch keinen Gegenwind. Aber es gäbe definitiv Gegenwind, wenn er gesagt hat, Ali ist mein Nachfolger und Khalif. Weil es gab massenhaft Leute, die gegen Ali gehatet haben, die neidisch auf ihn waren. Er hatte Fatima geheiratet. Wie viele Männer wollten vorher Fatima heiraten? Er war wie ein siamesischer Zwilling zu Rasulullah. Er war immer an seiner Seite. Rasulullah hat ihn immer in den Himmel gehoben und ihn gelobt und lobpreist. Natürlich wurden viele neidisch und außerdem Imam Ali hatte fast in jeder Familie der Quraysh irgendeinen, den er getötet hat in irgendeiner Schlacht. Das heißt, die Menschen hatten so einen Hate gegen ihn und er war noch jung. Diese ganzen alten Leute mit ihren weißen Bärten hatten ein Problem, dass jetzt ein 33-Jähriger zum Khalife werden soll. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, dass die ganze Story gefaked wurde, damit sie Ali runternehmen, ist eher, als dass Rasulullah gesagt hat, Ali ist mein Nachfolger. Das ist eher wahrscheinlich. Und wir als aufgeklärte junge Muslime, die sich auf die Suche machen, wir müssen uns auf den Verstand orientieren. Nicht auf Meinungen, das Ego ausscheiden, immer wieder hinterfragen, kann es sein, dass ich was übersehen habe? Kann es sein, dass ich irgendwie etwas verpeilt habe und vielleicht doch falsch liege? Und glaubt mir, wenn ihr so denkt, dann kommt ihr definitiv der Wahrheit näher. Und inshallah, hilft uns Allah dabei. Ich habe euch jetzt lange genug ein Ohr abgekaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wasallahu ala muhammadin wa alaihi ta'irin. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne noch ein paar Fragen reinschreiben und ich versuche sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Wenn es von eurer Seite aus nichts mehr gibt. Ich weiß nicht, schreibt da jemand was? Ja gut, da kommt nichts mehr. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Abend. Und ihr habt noch einen Vortrag auf Lager bezüglich der Reise, wo ich war in Pompeji. Da habe ich einige spannende Sachen, die ich euch noch erzählen möchte. Und im nächsten Podcast, den ich machen werde, inshallah, die Tage, wird es auch um das Thema Zweifeln im Glauben gehen. Warum zweifeln wir überhaupt? Was muss man machen, wenn man in seinem Glauben auf einmal zweifelt? Was sind die Gründe, dass wir auf einmal in unserem Glauben zweifeln? Was ist total gut daran, dass wir mal zweifeln? Das hatten wir heute ja. Und inshallah, hilft uns Allah dabei, in diesen schwierigen Zeiten den klaren Überblick zu bewahren. Und das wird er auch, inshallah, wenn wir da mit einer reinen Absicht rangehen. Also ich wünsche euch einen schönen Abend. und assalamu alaikum und servus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.